herzlich willkommen ihr lieben auf unserem kleinen kanal heute wieder mal ein neues video mit der omina oben ein ominus heißt der dromida q 100 ihr werdet es schon hören es ist ein kleines bisschen windig deshalb wollen wir einfach mal testen wie macht sie sich bei so bei solchen wind sind jetzt keine orkanböen das ist ganz angenehm wir haben herrlichstes wetter heute und wir haben hier richtig viel platz zum fliegen schöne ecke hier so schauen wir mal also ich stelle mal fest trotz dem wind dem leichten wir haben er versucht gegen zu steuern das gelingt ihm natürlich nicht ganz aber lässt sich sehr sehr schön ich tue also wirklich nur minimal korrigieren also auch das kann sie ist ein bisschen instabil nach dem looping aber fängt sich ganz gut wieder ab also auch so 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 Sie ist also auch wahnsinnig agil Sie ist auch im steigflug könnte sie etwas schneller sein wenn wir sie jetzt mal runter holen und dann vollgas geben dann ist sie doch ein bisschen träger so so Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020